In der letzten Episode hattest du bereits den Begriff der Linearkombination kennengelernt. Eine ziemlich nützliche Verbindung der vektoriellen Addition und der skalaren Multiplikation. Eine Streckung und Stauchung mehrerer Vektoren, die anschließend aneinander gehängt, vektoriell addiert werden. Die Linearkombination, der blaue Vektor, kann durch die Streckung und Stauchung beliebige Werte in seiner Länge annehmen. Und durch die Kombination in alle Richtungen zeigen. Man erreicht also jeden Punkt in der XY-Ebene. Hängen geblieben sind wir im letzten Video am folgenden dreidimensionalen Problem. Du sollst die Streckungs- und Stauchungsfaktoren, die Parameter R und S so bestimmen, dass sich der Vektor als Linearkombination der beiden anderen ergibt. Wie musst du den Vektor 2, 1, 1 skalieren und wie den Vektor 1, 1, 2, damit der Vektor 3, 1, 0 entsteht? Im heutigen Video möchte ich dir dazu mehrere Dinge zeigen. Erstens natürlich, wie löst man dieses Problem rein rechnerisch? Warum und wie klappt das geometrisch? Vor allem aber, warum klappt das nicht für alle Vektoren im dreidimensionalen Raum? Was macht den Vektor 3, 1, 0 so besonders? Beginnen wir mit dem Rechnerischen. Um hier die richtigen Werte für R und S zu finden, gehst du, wie im letzten Video bereits angedeutet, am besten komponentenweise vor. In der x-Koordinate findest du 3 ist gleich 2r plus 1s. In der y-Koordinate 1 ist gleich 1r plus 1s. Das Ganze ist ein System aus 3 Gleichungen und 2 Unbekannten, nämlich R und S. Ein lineares Gleichungssystem, das du mit den üblichen Verfahren lösen kannst, also Gleichungen addieren, ineinander einsetzen und so weiter. Viele Wege führen an dieser Stelle nach Rom, aber hier ist es wohl wegen der Null in der dritten Gleichung am einfachsten, diese nach R umzustellen. Das 2s kommt rüber auf die linke Seite und du erhältst –2s ist gleich R. Wenn R nun aber dasselbe wie –2s ist, dann kannst du dies in der zweiten Gleichung ersetzen und erhältst dort 1 ist gleich –2s plus S. Rechte Seite zusammengefasst, also 1 ist gleich –s oder –1 ist gleich S. Mit der Zeile unten drunter bestimmst du dann den Wert von R. Du setzt die –1 für das S ein, was dir –2 mal –1 ist gleich R oder einfach nur 2 ist gleich R ergibt. Aber Vorsicht, eine Probe ist unbedingt notwendig. Nur weil R ist gleich 2 und S ist gleich –1 die Gleichung 2 und 3 lösen, muss das noch längst nicht für die Gleichung 1 gelten. Du solltest also beide Werte in Gleichung 1 einsetzen und überprüfen, ob eine wahre Aussage entsteht. Das wäre dann 3 ist gleich 2 mal den Wert von R plus den Wert von S. 2 mal 2 sind 4. –1 macht 3, sodass hier also tatsächlich eine wahre Aussage entsteht. Der Vektor 3,1,0 entsteht demnach, indem du den Vektor 2,1,1 mit dem Skalar 2 multiplizierst und dazu den Gegenvektor von 1,1,2 addierst. Rechne es ruhig nochmal komponentenweise nach. Geometrisch sollte sich dieses Resultat ebenfalls zeigen. In rot der Vektor 2,1,1 und hier in gelb der Vektor mit den Koordinaten 1,1,2. Die Skalare Multiplikation mit 2 verdoppelt den roten Vektor. Anschließend sollst du nicht den gelben Vektor hinzuaddieren, sondern dessen Gegenvektor ans Ende hängen. Vom Start bis zum Endpunkt bildet sich nun der Vektor, den du als Linearkombination rechnerisch bestimmt hast. Der Vektor mit den Koordinaten 3,1,0. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass sich jeder beliebige Vektor im Raum als Linearkombination dieser beiden Vektoren schreiben lässt. Zum Beispiel der Vektor 2,2,2. Und ich meine, warum auch nicht? Du musst doch nur die Parameter r und s, diese Skalare, günstig verändern und schon sollte das klappen. Aber weit gefehlt. Das klappt tatsächlich nur für ganz spezielle Vektoren im Raum. Nämlich nur die, die sich aus den beiden ursprünglichen Vektoren kombinieren lassen. Kurzer Flashback. Als ich die Linearkombination im letzten Video eingeführt habe, sagte ich, dass man sich durch das Strecken und Stauchen der zweidimensionalen Vektoren in der ganzen XY-Ebene bewegen kann. Jeder Punkt der Ebene kann erreicht werden. Die gleiche Aussage gilt auch für Vektoren im Raum. Mit den Linearkombinationen zweier dreidimensionaler Vektoren bewegt man sich ganz analog, auch in einer Ebene. Die Ebene liegt hier nur so, ähm, ja, sagen wir mal schräg im Raum. Man bezeichnet sie als die von den Vektoren 2,1,1 und 1,1,2 aufgespannte Ebene. Du wirst solche Ebenen später in der analytischen Geometrie noch genauer beschreiben. Ich hoffe aber, dir wird ersichtlich, dass nur ganz spezielle Vektoren in dieser Ebene liegen können und längst nicht jeder Punkt im dreidimensionalen Raum erreicht werden kann. Alle Vielfachen des roten Vektors liegen auf einer Geraden, die des gelben auf einer anderen Geraden. Demnach, alle Linearkombinationen des roten und des gelben Vektors liegen in einer Ebene. Und so viel verrate ich an dieser Stelle schon mal. Der Vektor, den wir erzeugen sollen, der Vektor 2, minus 1,2, der wird nicht in dieser Ebene liegen. Zurück zum Rechenbeispiel. Erneut basteln wir uns aus den Komponenten Dreigleichung, mit denen die Parameter r und s bestimmt werden müssten. In der x-Komponente findest du die Gleichung 2 ist gleich 2r plus s. In der y-Komponente minus 1 ist gleich 1r plus 1s. Und vollkommen analog in der z-Komponente 2 ist gleich 1r plus 2s. Dieses lineare Gleichungssystem lässt sich besonders einfach mit dem Additionsverfahren lösen. Insbesondere, wenn du Gleichung 2 von Gleichung 1 subtrahierst. Was dabei nämlich passiert ist, dass sich diese beiden hier hinten auslöschen und somit nur der Parameter r übrig bleibt. Also rechnest du 2 minus minus 1 und 2r minus 1r. Der Parameter r müsste demnach also 3 sein. Einsetzen in die zweite Gleichung liefert dir den Wert für s. Also minus 1 ist gleich 3 plus s. Oder einfach nur minus 4 ist gleich s. Diese beiden Parameterwerte lösen definitiv die ersten beiden Gleichungen. Was aber erneut nicht heißt, dass sie auch die letzte Gleichung lösen. Und tatsächlich wird dir die Probe in der dritten Gleichung nicht gelingen. Wenn du dort nämlich 3 und minus 4 einsetzt, dann erhältst du zunächst 2 ist gleich 3 minus 8 oder 2 ist gleich minus 5, was ja aber natürlich totaler Schwachsinn ist. Hier entsteht also eine Falschaussage, weswegen sich der Vektor 2 minus 1 2 eben nicht als Linearkombination der beiden anderen darstellen hast. Was rechnerisch nicht geklappt hat, fungst auch geometrisch nicht. Wie ich nämlich bereits erwähnte, liegt der Vektor 2 minus 1 2 gar nicht in der Ebene, die von den anderen beiden Vektoren aufgespannt wird. Da du dich mit den Linearkombinationen aber nur in dieser Ebene bewegen kannst, wirst du niemals Vektoren erzeugen, die nicht in dieser Ebene liegen. Also auch nicht den Vektor 2 minus 1 2. von der Vektor 3 minus 1. von der Vektor 3. von der Vektor 3. von der Vektor 3. von der Vektor 3. Vielen Dank.